Hallo unsere Spieler auf. Telekom Basketball. Live und on demand. Jetzt mit NBA und EuroLeague. Nächstes Beispiel. Gut, Joyce. Was für ein Pass, was für ein Dunking. L.A. Youb von Lamont Ulmer. Der Aktivposten in der Anfangsphase hier mit seiner schönsten Aktion. Ulmer mit einem starken Spiel machte insgesamt 14 Punkte. Hier ließ er es ordentlich krachen.